Es ist so schön, dass Sie uns musikalisch durch den Gottesdienst begleiten. Hören Sie zur Vorbereitung auf Bobbys Predigt, das Wort Gottes aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes, was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das, und du wirst leben. Liebe Freunde, wenn wir Gott und die Menschen um uns lieben, ist das das erfüllteste Leben, das es gibt. Amen.